Ist das ein gutes Gefühl, mein Sohn. Ich wollte uns den höchsten befreit. Erzähl uns den Grund. Ja, weil ich es besitze. Das Geheimnis. Was denn? Das kleinste Gym der Welt. Schau dir diesen Anzug an. Alle drei haben wir ihn an. Und deswegen kannst du Sport überall machen, wo du bist. Egal bei welchem Wetter. Draußen wie drinnen. Ja, du kannst joggen gehen, Tennis spielen, Krafttraining machen. Aber auch zu Hause im Wohnzimmer. Die absolute Freiheit. Easy-Motion-Skin. In diesem Sinne, meine Freunde. Teutelter auf der großen Reise. Wir wünschen, wir können mit dabei sein. Wir sehen uns, wir hören uns. Ebenso mal auf. Aber bis bald. Beim Training.